Was ist die Lebensmittelprodukte? Das ist die Lebensmittelprodukte, die Personal fair gehandelt sind und auch unverpackt. Unverpackt heißt jetzt, dass wir keine Einwegverpackung haben für die Lebensmittel, sondern ein Mehrweg, ein Tanzsystem. Wir bieten Gläser, wir bieten Edelstahlbehälter oder Leinensäcke an, mit denen man einkaufen kann. Man hat keine Kosten für die Einwegverpackung. Hier siehst du die Prototypen unseres Mehrwegsystems, jetzt natürlich noch auf unserer Baustelle, später natürlich in schönen Regalsystemen. Die Lebensmittel werden in verschiedenen Behältern gelagert, in verschiedenen Größen. Hier zum Beispiel der Kaffee, ich zeige es dir vor. Das heißt, man dreht einfach und kann sich die Menge selbst auswählen, die man halt braucht für den Stemming, für den Haushalt gebraucht. Und das kann man natürlich mit anderen eben genauer machen. Und das Ganze wird halt hier passieren. Das ist jetzt die Baustelle, unsere Standort ist. Wir öffnen am 1. September. Was noch speziell ist bei uns, wir haben ein Imbiss bei uns, also der wird halt hier dann sein. Wir haben Rezeptboxen. Zusätzlich haben wir auch noch Ernährungsberatungsservices. Das heißt, wenn man zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht oder eine Intoleranz hat oder einfach für eine Sportveranstaltung sich vorbereiten möchte und sich eben beraten lassen möchte. Wir haben einen eigenen Raum, den wir dafür noch bauen müssen. Ich freue mich auf die Eröffnung am 1. September hier. Und ja, ich freue mich auf euer Kommen.